So, herzlich willkommen zum 14. Digi-Talk, heute mit Simon Büchel, Chef der Rehmer in Altstetten, der in zwei Wochen, bereits schon das erste Wochenende, durch sein wird. Freut mich außerordentlich, wir haben eine zweite Messe veranstalter bei uns nach dem Schorsch. Freut mich, dass du da bist. Vielleicht ganz kurz sehr schnell ein paar Sachen zu dir, damit die Leute auch ein bisschen Kontext bekommen, was du gemacht hast, was du jetzt machst. Und nachher reden wir natürlich noch über das interessante Baby Rehmer, was sich doch in den letzten Jahren einiges geändert hat. Ja, natürlich über deine Geschichten auch als junger Unternehmer, als sehr junger Unternehmer. Ja, ich freue mich drauf und jetzt vielleicht kurz schnell eine Einführung von deiner Seite. Ja, danke Thomas, dass ich da sein darf und für das Interesse. Simon Büchel, 30 Jahre, wohnhaft in Oberried, aufgewachsen in Rütti. Ursprünglich einmal die Lehre gemacht als Verwaltungsangestellter mit BMS auf der Gemeindeverwaltung in Rütti. Dann habe ich dann auch in diese Richtung gewisse Ausbildung angefangen, aber nicht fertig gemacht, weil ich gemerkt habe, das ist nicht ganz meine Welt, das Beamtentum. Ich habe immer nebenbei ehrenamtlich und freie Events gemacht. In jungen Jahren, mit 13, habe ich schon angefangen, aber die ersten Homepartys geschmissen, sozusagen. Also, ich habe auch so ein bisschen angefangen und konnte dann den ganzen Bereich so entwickeln. Ich habe dann nach der Lehre durch die in einer Rekrutenschule gemacht, klassisch Motorfahrer. Ich bin zu denen, weil ich früher viel vom Bauerhof gearbeitet habe, bei meinem Open. Freizeit, Mittwoch, Nachmittags, Samstag, immer am Arbeiten gewesen, dort war es ein guter Ausgleich gewesen. Auch sehr viel gelernt vom Bereich Unternehmensführung, bei mir beim Bauerhof war es ja wirklich ein kleines KMU, sehr interessant gewesen. Und so vieles mitbekommen für den Lebensweg. Dann wieder zurück zu der Laufbahn, habe ich dann nachher bei St. Gallen-Borosee-Tourismus gearbeitet, in St. Gallen. Parallel Ausbildungen gemacht, zuerst diplomierte Eventmanager, nachher Marketingfachmann. Von kurzem war ich jetzt auch noch den Betriebswirtschaftler abgeschlossen, aber mit dem BZB, gleich gegenüber. Da sind wir gleich in der Nähe. Genau, gleich in der Nähe, und so meine Karriere konnte ich wieder lossieren. Eben, es ist fünf Jahre Rehme, also die Rehme gibt es zwar schon ein bisschen länger, aber die meisten hier werden wissen, dass es ähnlich wie bei uns in der Wege noch ein bisschen drunter und drüber gegangen ist. Sprich, seit fünf Jahren bist du am Ruden dort, sehr jung, also irgendwo mit fünf, sechs und zwanzig in eine sehr, sehr verantwortungsvolle Position gekommen. Woher die Energie oder woher die Lust? Man kann mal Lust haben, aber man muss es dann auch machen mit fünf, sechs und zwanzig. Ja, es ist ja so, wir reden ja von der neuen Rehme, von der Rehme, die sich eigentlich neu positioniert hat, die sich neu aufgestellt hat, wo neue Leute und eine neue Trägerschaft am Ruden war, wo das ganze Baby aus dem Konkurshaus eigentlich übernommen hat, der in die Rheintal Messing Event AG, die Namensrechte erwarben hat. Und die AG hat eine Stelle ausgeschrieben, damals als Messi-Assistent, damals in St. Gallen gearbeitet hat, im Tourismusbüro. Und wo diese Stelle ausgeschrieben war, habe ich mich natürlich sofort darauf geworben, weil ich gewiss, das ist meine Zukunft, das ist genau mein Job, der gehört niemand an, das ist mein Job, der Messi-Assistent. Habe mich dann darauf beworben und gerade in einer Phase, in der ich das Bewerbungsverfahren sah, bin ich eben parallel auch OK-Präsident gewesen, von den Freilichtspielzriti. Ich weiss nicht, sagt ihr das, was ich gehört habe, von Kuno Bond, der der kunst-künstlerische Leiter ist. Und ich habe eigentlich dort schon mit, du hast mal 25, eine verantwortungsvolle Position drin gehabt. Und es gab wahrscheinlich einen Ausschlaggebenden Buch, dass ich gesagt habe, ja, er kann so etwas auch bereit leiten, dass ich dann auch eigentlich die Stelle als Messi-Assistentin bekommen habe. Dann bin ich bei der ersten neuen Rehme Assistentin, stellvertretender Messi-Leiter, aber dort schon bereits sehr eng im Kontakt mit den Aussteller, mit den Partnern, dass ich vieles ausschaffen konnte. Es ist vieles, was ich gehabt habe, im Oktober noch nicht fertig aufgelistet gewesen, wo ich vieles noch an meinen Touch reinbringen konnte und meine Ideen. Ich hatte dort noch eine Vorgesetzung. Und es hat dann dort kurz, nach der Lanciere von der ersten Rehme, die wirklich erfolgreich über die Bühne gegangen ist, hat sie dann nachher einen Urruhe geben, Verwaltungsrat, die meine vorgegangenen Messi-Leiterin zurückgetreten. Und das war eigentlich meine Chance, wo ich gesagt habe, ja, die muss man packen, die muss man machen. Und ich bin dann nachher Messi-Leiterin. Das ist jetzt die vierte, die ich leite. Ach so, wie die Jungfrau zum Kind. Aber gleich irgendwo im Hintergedanken schon da gewesen, mal, da ist eigentlich das, was ich machen will, dort in der Willi. Und dann ist es ein bisschen schneller gegangen, als du vielleicht auch gedacht hast. Ja, es ist relativ schnell gegangen, aber im Nachhinein muss ich sagen, es ist wahrscheinlich richtig so. Weil, ich glaube, so eine Position als junger Kerl, ich würde dir wahrscheinlich zuerst gerne mal so richtig zutrauen. Weil, das hast du gleich mit vielen Anspruchsgruppen zu tun, du hast mit Gewerbe zu Sponsoren zu tun, du hast mit der Politik zu tun, mit Wirtschaftsführern, mit Meinungsbildnern auch. Und du bist in der Öffentlichkeit, du bist ausgestellt. Und wahrscheinlich, aber ich glaube, bei jeder Position, wo du ein bisschen verantwortet hast, hast du wahrscheinlich zuerst wirklich gesagt, boah, pack ich da wirklich, bin ich wirklich gemacht für das. Und ich dann aber gemerkt, ich bin dann reinkommen, am Anfang ein bisschen geschwommen, wie man ja so sagt. Wirklich, wir mussten zurechtfinden, den Respekt und ja, halt die Anerkennung wahrscheinlich auch erarbeiten. Weil ich denke, als junger ist es wahrscheinlich nicht so einfach, dass du so ein junger Kerl bist und da so einen Haufen musst du managen. Das ist auch zuerst etwas erarbeiten. Aber es ist sehr, sehr spannend, wir haben ja wirklich viel lernen und ja, und mittlerweile super Netzwerke aufbauen. Ist dir nicht am Anfang so ein bisschen unterschätzt worden, wie du vom Alten her oder so, also ich denke, jetzt kommt so ein junger, wo, ja, logisch, gewisse Erfahrung vielleicht in Organisationen von anderen Events sind, aber ich würde mir jetzt noch vorstellen, Remi ist jetzt doch nochmal ein bisschen eine andere Grösse als 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 Homeparty, wie zuerst gemacht hat. Ich weiss, ich komme ja selber auch aus dem Event- Organisationsbereich, ich meine, ich habe ich habe 15 mein erstes öffentliche Event gemacht. Ja, ich glaube, es ist dort in jungen Jahren wichtig, dass man die Verantwortung übernehmen darf. Ich glaube, das ist gut, dass man viel auch selber lernen darf. Aber gleich in einer so grossen, sagen wir, jetzt Mess, dann die Leitung übernehmen, könnte ich mir vorstellen, haben gleich ein hoher Leute mit genauen Augen darauf geschaut, ob jetzt du das richtig machst. Ja, es ist wahrscheinlich aber halt vom Verwaltungsrat sicher auch ein mutiger Entscheid gewesen, um die ganze Leitung zu einer jungen Kerl übergeben. Und aber ich bin wirklich dankbar für die Chance, die wir dort gegeben haben. Aber du hast schon recht, am Anfang hat es sicher gewisse Stimmen gegeben, wo man das Gefühl hat, ja, was macht jetzt der Bubi da? Ich sehe ja auch noch relativ jung aus, weil ich eigentlich schon 30 bin. Aber eigentlich kein Problem, ich stand zu dem und es ist auch eigentlich kein Problem. Aber es hat schon gewisse Stimmen gegeben, wo man ja auch kann der Bubi da? Und ich habe es dann halt probiert mit Argumenten und halt mit Kommunikation und im Dialog haben sie schon gewerkt. Ich glaube, er kann gleich ein bisschen etwas. Ich glaube auch, also ich bin deiner Meinung, es kommt nicht darauf an, wie alt du bist. Logisch, wahrscheinlich mit 17, 18, ich weiss nicht, was für ein riesen Event organisiert, weil dir einfach die Erfahrung fehlt. Aber ich bin auch immer einer, der sagt, Verantwortung und Chancen die Jungen geben, vor allem denen, die wollen. Du hast ja vielfach so, die Wände auch wirklich etwas machen, die Wände wirklich vorwärts kommen und denen sollte man auch unbedingt die Verantwortung geben, weil die Jungen sind in Zukunft und bringen sehr viel frischen Wind auch innen. Trotzdem bin ich der Meinung, man darf nicht vergessen, dass Erfahrung auch ein relativ wichtiges Gut ist, wo, vor allem, wenn auch Probleme auftauchen oder Ungewissheit, dass dann eine erfahrene Person durchaus auch ein wichtiger Anker sein kann. Aber ich nehme immer mal an, wirst du dir auch gewisse Leute im Hintergrund gesucht haben oder in der Augen sagen, du schmeisst ja dich immer nicht alleine. Also ich nehme es mal an, es wäre jetzt komisch. Das ist sehr viel für die Leute, die du wahrscheinlich zusammen schaffst und wahrscheinlich auch von denen ihre Erfahrung profitieren kannst, oder? Ja, es ist natürlich schon so, an der Stelle, wo ich jetzt hier bin, als Messer, hast du natürlich sehr viel Einfluss auf das ganze Geschehen und das ist eigentlich auch das Schönste am Job und da, wo man auch richtig Spass macht. Du kannst viel bewegen, du kannst viel umsetzen, du kannst viel verändern, macht extrem viel Spass. Aber du sagst es schon richtig. Du brauchst natürlich auch Leute im Hintergrund, die kannst auch mal fragen, wenn du eine Entscheide fällen musst, eine Zweitmeinigung einholen. Und wenn dann die Meinung gleich ist wie deine Meinung, einfach mal eine Zweitmeinigung wie ist es, wie würdest du es machen? Da habe ich schon Leute im Rücken, die mich auch gewisse, die mich unterstützen und begleiten. Und ich denke, das ist auch wichtig. In jeder Position, ob du jetzt 26 oder 60 bist und ein Konzern führst, du brauchst, glaube ich, Sparing Partners, wo du dich austauschen kannst. Sechs Teammitglieder, auch auf dieser Stufe, aber auch Richtung Ober, Richtung Verwaltungsrat, strategische Geschichten. Ich glaube, du brauchst einfach, wenn du in einer exekutiven, in einer operativen Stelle bist, brauchst du einfach gewisse Sparing Partners, wie gesagt, wo du den Weg hast, miteinander bestätigen. Ja, wo du auch mal hart diskutieren über etwas, ohne dass gerade das Gefühl aufkommt, du hast jetzt keine Ahnung von dem, oder sechst du jetzt unsicher dort, sondern es geht wirklich auch darum, in einer Diskussion Sachen mal zu hinterfragen, auch selber zu hinterfragen und sich gegnern, wie du gesagt hast, ein Sparing Partner. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, auch für jeden, aber für junge, ich zähle mir jetzt auch noch zu den jungen, ich bin auch 33, ähm, wo für junge sicher noch entscheidender ist, dass du einfach jemanden hast, der dir mal ein bisschen, der dir mal gegengibt und so, weil ja, am Schluss, du sagst, du bist der Chef, du kannst in dem Sinne den meisten beeinflussen, oder ganz weit, du kannst sagen, wir machen so und so und so, gleich wie ich das da auch kann, und dort sage, ist es natürlich schön oder auch wichtig, dass du eben mal einen Partner hast, dass du nicht mit vollen Gänse in die Wand zuhörst, oder laufst, einen Partner hast, wo du mal nachfragen kannst, und sagen, du, wie würde ich das so machen, was ist deine Meinung dazu? Ich glaube, das ist in jedem Geschäft wichtig. Ja, und ich glaube, in deiner Position, wie auch am Inneren, oder, oder, du spürst wahrscheinlich, wenn du das brauchst, du spürst wahrscheinlich, wenn du Hilfe brauchst, von der anderen Seite, oder Unterstützung brauchst, gewisse Entscheide im Alltag, hast du ja, ganz ein Licht vom Finger, es sind auch immer die ringsten Entscheide, aber wenn es darum geht, wirklich schwierige Entscheidfälle, oder langwierige Folgen können haben, für jemand anderes, oder auch für das ganze Business, dann ist es wahrscheinlich klug, wenn du die wirklich breit abschützt bist, und so ein Entscheide auch miteinander fällen, nicht allein musst fällen, ich denke, da ist es auch immer wichtig, dass man das auch im Gremium, bei uns Messeteam, oder Verwaltungsrat kann, schwerwiegend, ja, schwerwiegend, das ist jetzt gerade ein bisschen dramatisch, aber halt gröbere Entscheide, so kannst du breit abschützt fällen. Das ist sicher von Vorteilen, aber am Ende der Geschichte bist du der Chef, der Messenleiter. Du musst es verkaufen, du musst es verkaufen, und wenn etwas nicht gut ist, dann bist du der erste Post-Telefon. Genau, ich wollte sagen, der Stinkopf, der dort ist, Rehmer, heisst Simon Büchel, ist der Messenleiter, das gleiche wie in anderen Veranstaltungen, der und der der Messenleiter ist. Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf die Messen an sich eingehen, weil, ja, es soll ja nicht ein Promotion-Video sein, aber, weil es natürlich genau das Kerngeschäft ist, jetzt haben wir die fünfte Rehmer, also die fünfte neue Rehmer, so neu ist sie also nicht mehr, dieses Jahr Heimat, Wohnen, Leben, woher der Slogan, und was bedeutet für dich Heimat? Ja, wir haben eigentlich im 17. Jahr angefangen mit den Leitthemen, das Montau ist im 17. Jahr ein Riesenrad, das extrem Emotionen ausgelöst hat, Emotionen pur ist das Leitthema gewesen, wir haben dort auch viele neue Sachen gebracht, wie der Sportdialog, das Datenpark für Jungunternehmen, und das war wirklich eine emotionale Rehmer 2017. Letztes Jahr haben wir Leitthema Handwerk, Leidenschaft und Fleiss gehabt, weil wir eine Berufsmeisterschaft bei uns gehabt haben, mit der Schreinermeisterschaft und wir versuchen eigentlich wirklich mit jeder Rehmer etwas abzubilden und darum haben wir gesehen, zum 5-Jährigen-Bestehen von der neuen Rehmer, setzen wir die Rehmer in den Mittelpunkt. Also die Rehmer ist dann quasi wie die Sonderschau. Und wir haben auch gesehen, die Rehmer ist so eine wichtige Institution für das Rindtel, für so viele Rindteler Heimat, die so leben, wo sie wohnen, dass es eigentlich das perfekte Leitthema ist für das kleine Jubiläum. Und auf deine Frage, bedeutet für deine Heimat, ich glaube Heimat ist es dort, wo du dich wohlfühlst, wo du dich daheim fühlst und wo du auch Leute kennst, die dich austauschst. Genau das ist Rehmer, das ist ein Treffpunkt, das ist ein lebendiger Treffpunkt, ein gesellschaftlicher Treffpunkt, ein wirtschaftlicher Treffpunkt. Und wir wollen eigentlich mit dem Leitthema das 5-jährige Bestand zu zelebrieren. Also wirklich so die Rehmer ins Zentrum hineinsetzen, nochmal zu sagen, hey, die Rehmer an sich ist schon Grund genug, um an die Rehmer zu kommen. Also das Hauptziel 2019 ist einfach, die Rehmer noch mehr Festung, als Institution. Wir haben jetzt extrem viele unternehmen, und dann kommen wir später darauf zurück. Ja, du wirst jetzt für mich gerade eine Überleitung machen, was machen wir denn überhaupt? Was sind für euch die richtigen Kanäle oder auch wichtigen Kanäle? Wir sind jetzt eine digitale Agentur, wir wollen jetzt den Fokus auf das Digitale lenken, aber ihr habt eben, ihr habt in dem Sinn vom 2-jährigen Kind bis zum 90-jährigen Urgrossvater mit allen zu tun und irgendwo Berührungspunkte, die kommen da drehen. Ich denke, in der Kommunikation, nicht ganz einfach, weil alle Leute irgendwo ansprechen wollen. Und aus dem Marketing wissen wir, wenn du alle ansprechen willst, ist alle sehr schlecht. Ja, wie begegnen wir dieser Schwierigkeit? Mit was für Massnahmen? Also Kommunikation ist eine enorme Herausforderung bei der Rehmer. Weil es ist ja auch, du hast es gesagt, du hast so breite Ziele drüben, wie du sagst, vom Baby bis zum Senior oder zum Grosspapa, der mit dem Enkel kommt. Und da versuchen wir halt einfach mit verschiedenen Gefäßen, mit verschiedenen Erlebnisse, die jeweiligen Zielgruppen abzuholen, beispielsweise mit dem Gewerbetag. Gehen wir voll auf die Business-Zielgruppe, ist dann auch Fokus gesehen LinkedIn, wo wir die ganze Zeit im Social-Media-Bereich abholen, aber dann auch mit gewissen PR-Sachen, wo wir dann wirklich auf die Zielgruppe zielen. Wenn es darum geht, um ein jüngerer Publikum, was ja auch essentiell wichtig ist für die Rehmer, was die Zukunft ist von der Rehmer, versuchen wir es, mit anderen Kanälen abzuholen, mit peppigen Plakaten, mit Instagram momentan, riesen Hype sowieso. Einfach, um die Leute eigentlich dort abzuholen, wo es momentan gerade sind und auch mit Produkten, die wir auf der Messe anbieten. Wir sind ja nicht nur einfach die Rehmer, sondern die Rehmer hat ja mehrere Produkte, die sie anbieten. Es ist, ob es jetzt der Arbeit mit Cool ist, mit Fun Punk von Cool, ist ein Produkt, das man dann auch so vermarktet, oder wenn es Kinky ist, der Benidür. Die ist auch da gehockt, kenne ich ziemlich gut. Der erste, glaube ich, wo wir auch am ersten Samstagabend haben, die müssen wir natürlich ganz anders antheisen, als ein Senior-Nahmittag. Und das ist eine enorme Herausforderung, eigentlich, um diese Zielgruppe ideal zu bedienen. Und macht es aber auch spannend, um wirklich verschiedene Kanäle zu bespielen. Aber es ist ein stetiger Prozess, wo man wieder sieht, oh, du bist jetzt nicht so gut angekommen, dann muss man vielleicht nächstes mal ein bisschen anders machen, oder dann muss man ein bisschen anders abzielen. Ja, nein. Man muss es nur überlegen, zum eigenen Instagram-Accounts für verschiedene Zielgruppen zu machen, und dann sind sie aber wieder weg auf dem Ganzen, weil wir gesagt haben, es ist einfach viel zu aufwendig, wenn du zehn Seiten betreiben musst. Da haben wir lieber eine, wo wir einfach viel Reichweite haben, viele Followers haben, und dann die auch wieder ideal, wie wir euch bespielen. Ich wollte ja gerade sagen, die Herausforderung ist immens, weil im Marketing geht es darum, zielgruppengerechte Leute anzusprechen, die du ansprechen möchtest, und eben nicht einfach breite, vielleicht mal da, wir überfluten jetzt alle einfach mal. Und weil ihr so viele unterschiedliche Produkte, wie du jetzt jetzt genannt hast, oder Events, oder haben, kann ich mir sehr, sehr viele schwierig vorstellen. Jetzt meine Frage, habt ihr da ein riesen Team hintendran, oder wie macht ihr das, so im Detail? Ja, also, wie soll ich sagen, wir schauen da schon, dass man möglichst viel in-house machen kann, im Kernteam, ich weiß, es ist auch wieder kosten, wenn du exaktuelle Agenturen brauchst, wir haben aber auch eine Marketingagentur, die unser, ja, so ein Follow-up, also, wie sagt man, so ein, das jährliche Visual-Macht-Kampagne macht, und ab dieser adaptieren wir dann verschiedene Werbemittel für, für, für hin und raus, oder für auch soziale Medien und so weiter. Wir gehen eigentlich immer von der Kernkampagne aus, und projekten dann nachher für die eigenen Produkte. Und das machen dann meistens noch, dann machen wir meistens selber, und ich will in Zukunft noch mehr selber machen, weil wir sind ja eigentlich ein, ja, wir sind ein Marketingbetrieb, am S. Ja, ein bisschen prädestiniert. Ist eigentlich, und wir haben jetzt eigentlich so viele Sachen, die wir machen wollen, dass ich eigentlich in Zukunft eigentlich gerne noch mehr in-house machen würde, weil es einfach, ja, weil die Wege sind kürzer, und, aber es ist, es ist wahrscheinlich nicht falsch, also, ich will jetzt nicht gegen, also, ich will jetzt auch ein bisschen für dein Geschäft reden, weil es ist eigentlich nicht falsch, wenn man auch mal einen Blick aufhauen hat, macht man es richtig, ist man auf dem richtigen Weg, wo man dann strategische Ansätze überprüfen kann, aber ich glaube, so präzise die ganze Umsetzung, und so, wenn wir eigentlich in-house machen. Ich meine, ich gebe dir nicht ganz unrecht, schlussendlich, musst du schauen, was für Kompetenzen hast, also, was braucht meine Mess- oder mein Produkt, egal was, meine Dienstleistung, was muss ich dort machen, und kann ich das intern überhaupt abdecken, habe ich überhaupt das Know-how, die Ressourcen, die Kompetenzen, um das zu machen, wenn ja, gebe ich dir völlig recht, ist es natürlich viel effizienter und schneller. Auf der anderen Seite hast du aber dann genauso Themen, wie vielleicht Social Media, oder Videoproduktion, wo du sagst, ja, ich habe jetzt nicht gerade einfach einen Videoproduzent bei mir im Team, weil das muss ich ein grissköpfiges Team haben, das tut natürlich dann, wenn du dann sagst, Eingang, dort wo ich es brauche, auf Spezialisten zu, und sagen, hol mir dort dann das Know-how, wenn es in die Tüfe hineingeht, da bin ich natürlich genau deiner Meinung, also, wenn man es kann, Social Media intern machen, bin ich der erste, der sagt, hey, mach es intern, es ist keine Nähe dran, als die, die intern sind, es ist keine Nähe dran, als die Firma selber, natürlich auch beim Marketing, und wie soll das Produktfoto aussehen, aber du hast halt meistens in KMUs, aber auch in grösseren Firmen, die Kompetenzen gar nicht in-house, du hast zwar evaluiert, meine Zielgruppe ist auf, die sozialen Medien, auf Instagram, auf Facebook dort aufweg, aber wenn ich niemanden habe intern, wo das bedienen kann, ja, dann muss ich es anderweitig machen, dann muss ich einen Partner suchen, aber sonst bin ich genau deiner Meinung, wenn ich Zeit, und das Know-how habe, ja, dann muss ich es intern machen, aber Zeit ist schon ein wichtiger Faktor, ich habe schon viele von Marketing-Gurus gehört, momentan ist auf LinkedIn ein riesen Hype, mit Leuten, die richtig Social Media wollen, gerade halt um das Personal Selling, ja genau, die sagen, mach alles in den sozialen Medien, das kostet sie nicht, das kostet sie nicht, aber das stimmt eben nicht, also du musst aber gleich gewisse personelle, wenn du richtig professionell Social Media willst machen, musst du einfach personelle Ressourcen einsetzen, dann musst du auch Geld in die Hand nehmen, dass du einfach auch das Konzept haben und Füsse hast, wo du fährst, einfach musst du halt einen Post raushauen und so, das ist wahrscheinlich schon günstig, aber wenn du wirklich wirklich nachhaltig auf Social Media machen willst, musst du halt gewisses Kapital auf die Hand nehmen. Da hast du völlig recht, also ich meine, wir haben gesagt, wir wollen digital sein, wir wollen auf den sozialen Medienaufweg sein, ich bin der Meinung, das ist aktuell bereits sehr, sehr wichtig, aber es wird noch wichtiger sein, irgendwann wird ein Voice kommen, weiss nicht was noch alles, und wir sind der Meinung, das ist so wichtig, dass wir auch extra zwei, bis drei Leute eingestellt haben, nur dafür unser, wir sind irgendwann 35 Leute, und davon sind 200 Stellen prozent, mindestens für unser eigenes Social Media Marketing vorgesehen, und darum gebe ich dir recht, ja, es kostet Geld oder Zeit, ich sage immer, entweder musst du Zeit haben, oder musst du Geld ausgeben dafür, das sind die zwei Sachen, die du in den sozialen Medien machst, weil sonst funktioniert es nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, hm, ich mache jetzt mal ein Foto und so, und das ist es dann, ja, da ist es durchgekehrt dazu, und alles gut und recht, und wenn du es vergleichst mit anderen Sachen, mit Zeitungsinserat, Fernsehen und so, ist es proportional einfach noch das günstigste Medium, zum zielgruppenspezifisch erreichen, aber du musst Zeit auch investieren, also es ist nicht billig. Also ich habe nochmal, ich mache es jetzt zum Teil, jetzt gebe ich es noch ein bisschen an, aber am Teil habe ich so viel selber gemacht, und da ist es einfach schon so, wenn du willst einen professionellen Post machen willst, zum Beispiel einen Post, der dann auch auf alle Plattformen adaptiert ist, ich meine, jede Plattform tickt ja anders. Ja, logisch. Und dann auch wieder mit, wenn du einen Post machst, musst du dann auch darauf hinweisen, mit den Stories und so weiter, da bist du ein Stück versorgt, wenn es nicht reicht. Ja, eben. Wenn es richtig machen willst, ist es ein Riesenaufwand. Ja, mit der Geschichte ausdenken, wo du erzählen willst, mit Hashtags setzen, mit Targeting und so weiter. Und da brauchst du einfach, musst du einfach Zeit investieren, dass es eigentlich professionell gemacht wird. Aber trotzdem, es ist das Medium im Moment, wo du den günstigsten an allen Zielgruppen erreichst. Ja. Auch wenn es runterbrechenst, auch wenn du die Zeit noch mit einberechnest. Ich meine, Zielgruppenanalyse und Definitionen, wer, wenn wir erreichen, wie soll es aussehen, wie soll es Plakat aussehen, die musst du sonst vorher auch investieren. Und dann kommt noch die Vermarktung vom Inhalt. Ja. Das ist im Moment sicher, auf den sozialen Medien, am einfachsten und im günstigsten möglich. Aber es braucht Zeit, genau. Es braucht Zeit, ja. Es braucht ein armes Zeit. Ja, und es ist auch langfristig. Du hast nicht das Gefühl, hey, ich will jetzt mit meinem Unternehmen erfolgreich sein, auf den sozialen Medien, ich mache zwei Monate Social Media, und dann bin ich der Chef. Nein. Das muss nachhaltig sein. Das muss nachhaltig sein. Du kannst nicht einfach einmal gehen und hast das Gefühl, jetzt hast du es. Das ist auch ein langfristiger Prozess. Und ich bin eigentlich Fan, jetzt rede ich wieder für mein Geschäft, oder für unser Geschäft, aber es ist wirklich, Amess beispielsweise, Amess oder Amess-Auftritt kann er extrem viel Content geben für die sozialen Medien. Und das ist eigentlich extrem spannend, die Geschichte, weil Social Media Managers suchen ja eigentlich guten Content. Und es gibt eigentlich nichts besser, was ein guter Content liefert. Also ein Mess-Auftritt mit den ganzen Vorbereitungen, die man treffen muss, mit Profisweisen, mit Pushpool. Und dann auch den Mess-Auftritt selber, um dort die Mess-Dokumentierung, aber auch die Nachbearbeitung. Und darum, ich berate unsere Kunden also, nutzt die sozialen Medien, um auf euren Mess-Auftritt aufmerksam zu machen. Nutzt die Kanäle, die umgekehrt sind, um da wirklich euren Mess-Auftritt so gut zu positionieren. Ja, es ist ja nachher den Kunden genau, man redet von sozialen Netzwerken. Ja. Es ist ja, sowohl die Rehmer kann profitieren von jedem Einzelnen. Ja, wir sind ein Social Event, oder? Ja, aber jeden Einzelnen, also die Rehmer kann profitieren von jedem Einzelnen, der einen Post macht. Genau. Aber jeder Einzelne kann auch profitieren von dem, was die Rehmer einen Post macht. Darum ist es dann wirklich ein Netzwerk. Genau. Darum sage ich, prädestiniert für die sozialen Netzwerke, weil du wirklich die auch vernetzen kannst. Weil du wieder ein Unternehmen erwähnen und sagen, hey, die sind auch da. Und du kannst einfach, in dem sind ein Rad, also das Rad aufrollen, das sich immer bewegt. Aber du musst dich gleich darum kümmern. Das wird immer so bleiben. Ja, und es ist ja, wenn man von Nachhaltigkeit redet, es ist ja so, gewisse Fachmessen, oder auch Community-Messen, wo es ja mittlerweile immer mehr gibt. Die zielen ja eigentlich genau auf das 365-Tage-Messe. Also sie arbeiten eigentlich 365-Tage, sind sie auch in den Online-Medien präsent oder auch, wo sie die Website entsprechend aufbaut. Und die Messe selber ist eigentlich dann auch ein Happening, was sich dann die ganze Community trifft. Also da gibt es ja verschiedene Beispiele, wie Man's World, beispielsweise, die ja so klassisch arbeiten. Die sind eigentlich, auch die Brands, sind eigentlich in der Kommunikationsmassnahme von der Messe. eigentlich das ganze Jahr präsent. Und die Messe selber ist eigentlich auch das Happening von der, wie gesagt, das Happening von der Community, wo sich dann alles trifft. Also bei den Höhepunkten, wo man sich dann auch wieder auf einmal arbeiten kann. Genau, wo man sich noch face-to-face sieht. Und dann, wo ich das Produkt, wo ich immer wieder sehe, auf Instagram so schön dargestellt, mit einem guten Filter und so weiter, wir haben doch mal Kfass und Kauf. Auf welchen Kanälen sind Sie präsent? Mein YouTube-Channel. Wir haben Facebook, wo wir eigentlich angefangen haben, soziale Instagram. Jetzt momentan natürlich ein riesen Hype. Wobei ich irgendwie frage, wie lange es der Hype nahehält. Wobei man merkt, dass jetzt auch immer mehr ältere Leute draufgehen. Das ist ja wie bei Facebook früher. Ich habe das Gefühl, es ist einfach jetzt Copy-Paste von Facebook. Also weisst du, von der Art, von den Leuten, die jetzt draufgehen. Zuerst sind es einmal die Ungläubigen dann auf Facebook gegangen, sich dort ein bisschen aufgeben. Und jetzt gehen sie auch auf Instagram. Genau. ja LinkedIn eben, Und dann ich selber auch noch Xing. Wobei mit der EMA kannst du nicht weniger machen, Xing. Also LinkedIn bin ich mehr Fan, du kannst mehr Geschichten machen, weil sie auch ähnlich aufgebaut ist wie Facebook auch. Und wir versuchen einfach wirklich jede Plattform ideal zu bespielen. Also wenn wir bei LinkedIn was machen, wenn wir beispielsweise unsere Sponsor, den Kunden in eine gute Lampeleicht setzen oder auch unseren Dienstleistungspartner beispielsweise mit dem Krüger, habe ich jetzt gerade etwas gemacht, eine Geschichte. Dann erzähle ich halt etwas darüber, wie der Belüftungssystem in Betrieb nimmt. Und dann magt die Community LinkedIn, weil sie sind interessiert. Dir geht es sehr, sehr viel um Content, um Fachartwicklung. Fachwissen, genau. Und ich habe dann auch gemerkt, bei dem Post, den ich dort gemacht habe mit Krüger. Es sind dann auch die Leute gekommen, der Inerlassungsleiter und so weiter, und dann angefangen das Ganze zu streuen. Es war sehr spannend, zum Zulagen, weil sich der Content verbreitet hat. Und Facebook nutzt man eigentlich auch als Informationskanal. Facebook ist so eine Mischung zwischen LinkedIn und Instagram. Da probieren wir einfach eher auf die Elternzielgruppen zu gehen. Aber auch mit mehr Informationen, mehr Text auch. Und bei Instagram verknüpfen auch alles miteinander. Bei Instagram versuchen wir wirklich die jungen Leute anzusprechen. Aber auch mit der Story-Funktion Aufklärung machen. Das ist extrem dankbar, beispielsweise mit Umfragen, die man mittlerweile machen kann. zu erklären, wie alles hinter der Messung steckt und was alles braucht, um so etwas auf die Beine zu stellen. Jetzt ist eine Story-Funktion eigentlich noch eine recht spannende für die Zukunft. Um die Community immer wieder... ist lustig, wir betreuen ja auch Kunden im Social-Media-Bereich. Und ich sage jetzt mal so der Feed und auch Facebook und so weiter und die Planung dort ist im Grundsatz ja, je nachdem was für Gefäße du schaffst und so weiter, relativ einfach kannst du vorproduzieren, kannst du einplanen, machen und tun. Wir haben aber bei den Kunden, die wir betreuen, gemerkt, dass der Story-Tile extrem schwierig ist, als Agentur zu machen. Aber er stosst auf extrem gutes Feedback, weil die Leute heute auf Instagram eigentlich mehr auf den Stories schauen, so im Schnellen. Und eher, wenn sie mal Zeit haben, dann den Feed durchgehen, aber so kurz zwischen den Turen schnell die Story schauen. Und dann kannst du dann eben sehr viel Awareness schaffen und auch mal die Leute aufklären, informieren, Interaktionen mit ihnen machen. Oder halt Humor kannst du da reinbringen. Ja, eben. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, ich habe einen letzten Post, wo ich gesehen habe, er ist wahrscheinlich fast ein bisschen an der Grenze. Du musst dich auch ein bisschen positionieren, wie weit gehst du in den richtigen Humor-Teil und wie weit bleibst du Business? Ja, das ist schwierig. Das ist extrem schwierig, oder? Ein Stück weit, wenn wir Entertainment machen, auch mit unserem Instagram-Kanal, also wie, wie es halt einfach Meister Day oder so auch macht, wirklich halt Entertainment liefern, weil das will die junge Community. Aber ein Stück weit musst du immer fragen, du, sind mittlerweile auch viele Eltern drauf, wo zuerst ein bisschen grenzt. Das ist nicht die Herausforderung, die man hat, mit der Zielgruppe. Das ist schwierig. Die Problematik sehen wir auch bei Kunden. Es ist ja nicht, dass du genau dieser Zielkunde, der ist 31, männlich und wohnt in Altstädten. Ja, das würde selten dein Zielkunde sein, genau so. Die vermischen sich ja immer auch wieder. Und darum ist eben genau die Herausforderung, weil du auf den sozialen Mittwoch... Vorher hast du ein Plakat, oder du hast gesagt, jetzt machen wir eine Kampagne, hast du fünf Plakate gemacht, hast du zwei Inserate in einer Zeitung gemacht. Die sahen, entweder hat es einem gefallen oder nicht. Auf den sozialen Medien bekommst du heute einfach das Feedback rüber. Du musst viel, viel mehr liefern. Es ist nicht nur, ich kann nicht, wie vorher einfach meine ganze Energie auf die Zeitung und so investieren, sondern ich muss dort immer wieder etwas Neues bringen, am besten jeden Tag und in der Story auch noch. Ja, dass dort die Schwierigkeit kommt, bei der Zielgruppe zu bleiben, ist schwierig. Ja, und vor allem mal, ich glaube, man muss aufpassen, wir dürfen nicht zu viel machen, weil irgendwie verleihen es der Community auch. Bist du sicher? Ich glaube schon, du darfst irgendwann, also ich folge gewisse Sachen, wo ich einfach irgendwann muss sagen, du klickst gar nicht mehr durch, weil ich genau was, was wir erwarten darauf. Ist klar, dass du nicht immer das Gleiche machst. Ja, nicht immer das Gleiche schon, aber ich bin der Meinung, du kannst fast nicht zu viel auf den sozialen Medien machen. Zu viel nicht. Wenn du siebenmal gleich Flyer postest oder ich sage, jetzt ein Programm postest, jede Woche zweimal, muss ich sagen, ja okay, jetzt habe ich es gesehen. Aber das ist das Gleiche in der Zeitung auch, wenn du es ins Rat 27 Mal gesehen hast, denkst du, das Blätter ist so oder so. Also ich glaube, es ist wichtig, dass der Content interessant ist. Ja, das ist immer so. Also der Content muss so oder so interessant sein, ob du jetzt nur einmal postest oder zehnmal am Tag postest, der muss immer interessant sein und für deine Zielgruppe relevant auch. Genau. Darum, ja. Wir sind jetzt recht stark in der Diskussion mit Social Media. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Du hast vorhin erwähnt, ihr habt extrem viele Produkte mittlerweile, oder so. Eben, von der Abendunterhaltung, die ich aus jungen Jahren noch kenne, oder aus junggebliebenen Jahren, die hat sich ja nicht so wahnsinnig frei in den Detail. Aber auch der Starter Pack, das Startup Forum, ja, Jungunternehmer, ich meine, du bist selber ein Junge, aber ihr macht auch sehr viel für die Jungunternehmer. Ja, vielleicht erzählst du über diese Sachen, nehmt mich mal noch ein bisschen wundern, wieso ihr jetzt extrem auf so Startups gönnt. Nehmt mich noch wundern. Ja, Startups, wir haben uns eigentlich, nein, ich muss von vorne anfangen, eigentlich ist es so, die Stand-up-Förderung St. Gallen und das Institut für Jungen, ich weiss nicht, zeigt ihr das etwas, jetzt ist die Agierda schweizwit, haben uns da mal angefragt, ob wir Interesse haben, um mit ihnen zusammen so eine Startup-Form aufzuwauen, wo die Reema eigentlich gegründet worden ist. die neue Reema, vor fünf Jahren. Wir haben dann gesehen, wir sind eigentlich auch ein Jungunternehmer, mit der Reintel-Messe, in der Wente, auch frisch gegründet, und eigentlich auch sicher, und auch interessant, weil es gibt uns auch ein anderes Publikum wieder auf die Messe. beim Gewerbetag oder beim Senior-Nahmittag, die Community, ich rede immer von ihren Communities, aber es ist auch so, die Kunden, oder die kennen wir, aber zum Beispiel beim Startup-Form merkt man einfach, da kommen ganz andere Leute, kommen vom ganzen Kanton, Leute, aufs Gelände, wo das Haus nicht unbedingt der Reema kämpft. Und das ist natürlich für uns auch interessant, dann haben wir das zweimal gemacht, dann haben wir gesagt, wir müssen noch mehr in die Richtung machen, dann haben wir den Startup-Park gegründet, haben das zusammen mit der Mobiliar gemacht, mit der Generalagentur Rintal, wo es uns auch unterstützt hat, damit wir eigentlich den Startups ein gutes Angebot machen können. Also nicht gratis, sondern sie müssen immer noch etwas zahlen, weil ich finde, es ist ja immer am Wert, wenn du an der Messe präsent bist und hast auch etwas, was du rauszuhst. Aber sie können einfach die Möglichkeit über, sie können zum A-Support im ganzen Messebau, dann auch Beratung, einen Sonderschau-Status, mit denen zum Beispiel speziell bewerben. Und da haben wir einfach gesagt, wir müssen die Junge unternehmen und unterstützen, weil es einfach nachhaltig ist, um die Messe zu holen. Und wir werden dann nachher ausstellen, die für später kommen. Und jetzt haben wir bereits zwei, drei, die nicht mehr im Startup-Part mitmachen, sondern jetzt neu in der Messe normal mitmachen. Und so haben wir es eigentlich wie können, wie können das Produkt Messe lustig machen, also quasi, den Startup-Part. in der Anfangsphase musst du von dir erzählen oder erzählen, was du machst. Und das ist wahrscheinlich wie wenn du an einer Familie fest bist und du gründest eine Firma neu, dann kommt jeder gefragt, jeder Onkel kann gefragt, was machst du jetzt? Wie, wie, wo? Und das kannst du an einer Messe eben auch ganz gut erzählen. Das kannst du viel besser als, ja, halt face to face. Du kannst wirklich sagen, was machst du? Und was sind die Herausforderungen? Wo stehst du jetzt gerade? Wo fehlt dir noch Kontakt? Und das kannst du alles immer generieren an so einer Messeauftritt. Hätten wir eigentlich müssen an den Startup-Park kommen, oder? Als Startup. Ja, wir sind natürlich wirklich noch ein bisschen regionaler tätig im Moment da. Wir haben uns die Gedanken auch gemacht, sollen wir an die Rehmer gehen. Wir sind an den zwei Messen, die da ganz in der Nähe sind. Liga Wiegen. Liga Wiegen. Ich meine, die stehen bei uns von der Haustür. Wir sind im Liechtenstein sehr aktiv, auch im Werdenberg. Wir haben uns wirklich die Gedanken gemacht, was macht für uns Sinn und zum jetzigen Zeitpunkt hat es einfach noch nicht Sinn gemacht, an eine Rehmer die sagen jetzt für uns oberste Rindtaler hier, eher die Dinge geht es gerade eher richtig unter ein Rindtal. Aber wir haben uns die Gedanken genau gleich auch gemacht, wo erreichen wir unsere Zielgruppen? Und sind der Meinung, wir selbst als digitale Firmen, die sagen, hey, man muss alles digital machen, sind der Meinung, eine Messe sehr regional kann durch und wenn du auch regional tätig bist, kann durchaus Sinn machen, damit du genau eben den Leuten auch erzählen, was machen wir überhaupt. Weil jeder geht, er geht zwar als Privatperson an die Messe, aber jeder ist irgendwo hinten dran angestellt oder Unternehmer selber, dann kannst du das mit den Leuten. Wir haben uns die Frage angestellt und haben dann gesagt, ja, zum uns bekannt machen, zum einfach den Leuten mit den Leuten reden können. Weil das ist dann über das Internet natürlich immer so ein bisschen Hemmungen da, aber da kommt ein, und dann kennst du und dann mit dem fährst du an, zu reden, ist am Messe natürlich predestiniert für so etwas, für die persönliche Kontakt. Ja, vielleicht im 2020 oder 2020. Ja, da sind wir nicht abgegangen, jetzt kennen wir ja den Chef. von der Lehmann, also. Ja, und ich habe ja den Lieger gesehen, dort beim Ex-Charme, wo du da einen schwarzen Hintergrund, und der Teppich, eben, aber Liebner. Weisst du, so Sachen, die schauen jetzt vielleicht noch ein bisschen mit anderen Augen an, als Messeleiter, aber ich glaube, du kannst ja als Aussteller oder als Unternehmer die anderen Messe so sehr gut positionieren. Genau. Und die haben es ja relativ jung auch gemacht mit dem Augmented Reality, dort wo ihr gezeigt habt. Und das zeigt ja eigentlich auch, der Spirit der Firma zeigt das auf. Genau, das kannst du an einer Messe super machen. Das kannst du an einer Messe sehr gut machen. Du kannst cool auftreten mit Hasenträgern und so weiter mitunter oder halt coole Hütchen oder was weiss sie was. Genau, du kannst dich positionieren, es geht gut. Du kannst dich positionieren. Für eine neue Firma, glaube ich, wenn ich an einer Messe durch, ist eine interessante Geschichte, weil du kannst in einer breiten Öffentlichkeit zeigen und kannst mit den Leuten reden. Genau. Das ist so für mich der Ding am Anfang. Du kriegst manchmal so, es kommen doch mal 30, 50 oder 100 Tausend, je nachdem, an welcher Messe. Kommen doch mal bei dir mal vorbei. Genau. Und dann nachher in den sozialen Medien kannst du mir vom Ganzen erzählen und berichten machen. Genau. Das nachher alles nutzen, um darüber berichten. Jetzt, was ist für dich wichtiger? Besucherzahlen? Oder ist für dich die wichtigste Kennzahl Besucherzahlen? Nein, überhaupt nicht. Ich wäre lieber Besucherzahlen, dass die möglichst hoch ist. Ja, also grundsätzlich, Besucherzahlen ist immer ein Thema, vor allem ein Thema, das die Medien immer als erstes hören wollen. Es sind Besucherzahlen. Und wir haben uns eigentlich, als wir die neue Rehme gegründet haben, haben wir gesehen, wir wollen eigentlich transparent informieren, auch realistische Besucherzahlen rausgeben, weil vielfach sind es ja immer fake gewesen. Ich kann es nicht beurteilen. Man kann auch durchkarten, zehnmal zählen, auch wenn es noch viermal kamen. Also eben so Zeuge. Und da sagen wir einfach, wir sind einfach ehrlich und transparent und sagen auch realistische Besucherzahlen, die auch wirklich stimmen. Und es ist aber wirklich nicht das einzige Kriterium, weil ich glaube, das Wichtigste ist die Qualität, a von den Ausstellern und b auch von den Besuchern. Ist es doch schwierig, das zu beurteilen? Ja, aber ich denke, bei den Ausstellern kannst du es eigentlich so messen, beispielsweise die Regionalität beispielsweise, bei der Region, wie viele Ausstellern. Weil den regionalen Ausstellern haben wir uns einfach auch festgestellt, also nichts gegen die anderen. Es gibt dort auch gute Sachen. Aber er trete einfach in der eigenen Region ein bisschen anders auf. Er hat ein anderes auftreten. Auch einen höheren Qualitätsanspruch haben wir einfach festgestellt. Und also das ist für uns eigentlich, die Qualität der Ausstellern und der Besucher oder der interessierten Besucher ist eigentlich gerade so wichtige Kennzahl wie die Quantitativzahl. Aber klar, wirtschaftlich müssen wir auch eine gewisse Besucherzahl oder einen Aussteller Zahne erreichen. Das ist natürlich schon so. Aber es ist nicht einfach die einzige Kennzahl, wo man sagen muss, es war ein Erfolg oder ein Misserfolg. Das kommt ja auch noch darauf an, wie sind die Inhalte angekommen, beispielsweise bei einem Gewerbetag, wie sind die Referate angekommen, oder mit einer Sportdialog, wie hat sich das ausgewirkt auf die Meinungsbildung der Rehmerbesucher über die Rehmeransicht beispielsweise. Es sind nicht immer nur die Besucherzahlen, die sagen, es ist ein Erfolg oder Misserfolg, sondern es kommt auch immer darauf an, was die Leistung der Messe selber ist. wenn das Produkt verhebert oder nicht. Ja, also gebe ich durchaus recht. Da wäre es gleich, wenn du in einer Firma nur auf die Umsätze schauen würdest. Klar, es ist eine wichtige Zahl. Es ist einfach die wichtigste Zahl, logisch. Aber du darfst wahrscheinlich auch nicht verschrecken, wenn es mal jetzt so ein bisschen, es kann ja auch mal stagnierend sein, dann geht es wieder hoch, dann geht es wieder hoch, dann geht es wieder hoch. Es muss einfach in einem gesunden Rahmen immer sein. Aber wie gesagt, Besucherzahlen ist nicht die wichtigste Zahl. Jetzt ist seit fünf Jahren dabei, der neue Rehmann. Logisch, gewisse Sachen werden sich eingespielt haben. Wie behältest du die Motivation? Ich meine, du bist grundsätzlich auch Unternehmer, Junge, es braucht immer wieder etwas Neues. Wie behältest du die Motivation für dich persönlich, dass du sagst, hey, schau, das ist nicht immer wieder das Gleiche? Ich meine, der Rehmann an sich, der Event ist jedes Jahr das Gleiche. Natürlich hast du eben ein anderes Thema, dann hast du andere Besucher, aber im Grundsatz ist es jedes Jahr wieder das Gleiche zu organisieren. Woher, oder wo bleibt die Motivation, oder woher geht es in dem Büchel, was sind die deine Ziele? Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das ist schon so, ich bin ein bisschen ein Machertyp. Ich bin ein bisschen der Typ, ich habe viele Ideen und ich weiss noch ungefähr, wie ich das umsetzen kann. Oder ich hole mir die entsprechenden Leute, ich kann gut Konzepte schreiben, ich weiss, da, 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 da ist es. Und am liebsten mache ich es einmal und dann gebe ich es jemandem. Quasi wie einer Mitarbeiter, der sagt, schau, jetzt hast du das Projekt, du kannst das hier, das hier machen, wie jetzt letztes Mal ein Messe-Parcours gemacht und so weiter. Da hat sie jetzt auch immer mehr Verantwortung. Und das ist ja, das ist ja spannend und ich versuche einfach immer wieder mit neuen, frischem Wind ja, das Baby lebendig zu halten, das Baby rehmen. Oh, für mich selber, dass es immer noch Spass macht oder das, das übertrette sich ja dann auch auf die Leute, dass es den Leuten nicht verleiden, dass es immer wieder etwas Neues gibt. Aber ich glaube, es braucht so ein bisschen den Mix und ich glaube auch für uns als Organisation gewisse Beständigkeit, die ja viele so vereinfacht. Ich meine, ein Verkehrskonzept musst du nicht jedes Jahr neu erfinden. Es ist ja auch einfach, wenn du es aus der Schublade holst und sagst, schau, jetzt muss man das Jahr optimieren, aber es hat letztes Jahr so getan. Und da gibt es ja auch gewisse Sicherheit und eine Routine, wo du dann auch die Energie reinstecken kannst für Innovationen, für neue Geschichten, für neue Konzepte. Und ja, wenn ich halt auch ein bisschen, ich probiere immer noch mehr zu optimieren, noch mehr, ich bin vielleicht ein bisschen Perfektionistisch, zum einfach wirklich zum Beispiel mit den Bodenbelägen draussen, dass wirklich niemand mit dreckigen Schuhen haben muss, außer auf dem Parkplatz sind wir noch nicht so weit, aber im Gelände drin, dass man halt immer noch ein bisschen mehr optimiert, besser macht, Abläufe verbessert. Und das ist eigentlich auch jährlich, die Messe ist ja nicht immer genau gleich, es gibt immer ein bisschen Sachen, die man anpassen muss. Aber du hast es richtig angetönt, ich glaube, jeder Unternehmer oder jeder braucht immer wieder ein bisschen etwas Neues, neue Herausforderungen, neue Sachen, die man sich verwirklichen kann. Und da sind wir schon dran, also wir wollen wirklich halt gewisse Ideen, wir wollen dir immer nicht immer so lang, wie sie ist, wir wollen sie auch verändern und anpassen und vor allem um Zeitgeist anpassen. Aber bist du wahrscheinlich so die Treibende Kraft an der Hände? Also ich meine, ich weiss ja von mir aus selber, als Unternehmer denkst du, es funktioniert etwas Gutes, ich brauche etwas Neues. Es ist schon ein bisschen so, es ist so, irgendetwas gemacht, eine Problemstellung oder so, und du denkst, jetzt lösen wir das, jetzt machen wir das ja gut, oder jetzt machen wir das gut. Dann denkst du aber, jetzt tut es, jetzt muss ich mich nicht mehr darum kümmern, jetzt wieder etwas Neues. Ist es vielleicht auch der Spirit, den ihr habt, dass ihr immer wieder mit neuen Sachen kommt und sagt, okay, sobald etwas gut ist, lassen wir es dort und dann suchen wir wieder nach etwas Neuem, in dem Sinne den Kunden bieten, den Aussteller bieten, wem auch immer. Genau, es ist ja auch, wie zum Beispiel beim Ticketing, wo wir den Mitarbeiter und die haben wir letztes Mal digital gemacht, Online-Ticketing, extrem spannendes Projekt gewesen. Vorher haben wir alles mit physischen Vorverkäufen gemacht, jetzt haben wir es erst einmal online gemacht, zum Beispiel im Gewerbetag hat man sich auch selber an. Es war extrem spannend mit dem Verknüpfen, dem Design der Webseite und so weiter. Das sind eben solche Projekte, die wirklich Spass machen, aber das war noch die Optimierung und Verbesserung. Aber das ist jetzt vorbei und das ist jetzt gut und jetzt machen wir wieder etwas Neues, was man optimieren und verbessern kann. Aber das braucht es schon. Es braucht immer wieder etwas Neues, sonst wird es langweilig. Und auch gewisse Sachen wie der Mess, ich denke, der Sonnebräuste muss immer den gleichen Arsch schauen, die Leute suchen das, die Beständigkeit. und wir probieren immer neue Sachen reinbringen, wie jetzt zum Sportlergo, die wir jetzt bereits ein Treib machen, aber das war schon ein Novum. Und man probiert schon immer neue Sachen und wenn mal etwas nicht so gut funktioniert, musst du auch mal sagen, du musst wieder mal aufhören, mal rauswerfen, was ist ein bisschen übertrieben gesagt und dann wieder etwas Neues machen. Oder etwas ausbauen. Der Antrieb für Neues, der ist einfach, wie man Unternehmer ist. Ich habe gerade den letzten jemandem erzählt, ich glaube, ein Unternehmer macht es aus, dass er immer wieder etwas Neues sucht. Genau, eine neue Herausforderung. Eine neue Herausforderung und sagt so, gut, jetzt habe ich etwas gemacht, jetzt will ich wieder etwas Neues. Ja, das merke ich bei mir selber auch, es ist so, wieder ein neues Thema. Aber ich merke es jetzt auch da, ein neues Produkt, und so, ja, super und so weiter, wenn es am Laufen ist. Nicht, dass ich das Interesse verlieren, aber dann weiss ja, was tut, dann muss ich mich ja nicht tagtäglich darum kümmern. Dann kümmere ich mich lieber wiederum etwas, das nicht so rund läuft. Und ich glaube, das ist für den Unternehmer, der braucht einfach immer das. Du musst eigentlich das Unternehmen so aufbauen, dass du möglichst kreativ sein kannst. Ja, bei uns probieren wir das zumindest. Dass du eigentlich wieder etwas Neues spüren kannst. Aber in deiner Position ist es wahrscheinlich auch interessant, ich meine, jeder Unternehmer, der beratet ist, ist ja wieder ein bisschen anders, oder? Auf jeden Fall. Da kannst du ein neues Konzept mit Erfahrung spielen. Das ist auf jeden Fall auch spannend. Und so bist du sicher, das probiere ich auch wieder aus, jeder Aussteller hat eine eigene Finesse. Und dann musst du auch, wenn man beraten, auf der Seite schon, gewisse wissen genau, was wir machen, gewisse müssen ein bisschen mehr hinnehmen. Das ist eigentlich auch noch relativ spannend. Manchmal auch ein bisschen Nerven aufreben. Ja, das Unternehmertum. Spannend. Ich sage ja auch immer, wir sind eigentlich Feuerwehrmänner. Ja. Dort, wo es bremen, umher, dort, viele Sachen sind lustig, noch viel mehr Sachen sind eigentlich gar nicht lustig, aber das gehört dazu. Und etwas ist immer, was man auch optimieren muss. Das ist ja so. Jetzt danke dir mal zuerst ganz herzlich für das Gespräch. Ich gebe dir jetzt aber noch schnell die Möglichkeit, am besten, weil ich in die Kamera eine kurze Nachfrage poste, wir posten es dann auch, für die Rehmer noch ein bisschen Werbung machen. Wir haben ja nicht so viele Follower, wie wir das haben, aber wir sind stetig und wachsen, aber wir werden natürlich vor allem auch eine Promo machen. Natürlich als Reitaler muss man dann mit der Rehmer gehen, und das kann jetzt ich euch sagen. Wir haben ja auch schon Schattelbeweis wie wir auf Bux fahren. Genau, sogar in Bux. Das schauen auch andere. Aber wie wir jetzt sagen, darfst du kurz noch 30 Sekunden Promo aus dem Ding für die Rehmer. Ja gut, die Rehmer 2019, Leitthema Heimat, Wohnen, Leben. Fünf Jahre neue Rehmer. Wir sind bestrebt, die Rehmer wieder zu einer Veranstaltung zu machen für die ganze Region, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man etwas erleben, geniessen und wo man gute Zeit miteinander verbringt. Es wird Gewerbeausstellungen geben, knapp 200 Ausstellern, wo man verschiedene Tagungen und Zeit-Events gewerbt, komplett ausgekauft, Sportdialog, haben wir noch Tickets, also sofort sichere Startup-Forum auch noch Tickets und natürlich den ganzen Unterhaltungsbereich, wo man sich auf verschiedene Leckerbissen und Perlen freuen darf. Danke vielmals. Sehr, sehr gerne. Du hast fast weit gestudiert, oder? Ja. Du willst nicht das erste Mal verzehren. Nein, nein. Also, für alle, die nicht wissen, die auch die nächsten zwei Wochen, und auch unter der Woche, logisch, nicht wissen, was du tun, besuchen die Rehme, vielleicht laufen Simon noch über den Weg, wahrscheinlich wird er dann ein bisschen hektischer sein, als er heute locker im Stuhl reinehackt. Vielen Dank auf jeden Fall für den Besuch, für deine Eindrücke, wie es in der Messe so abgeht, was wichtig ist, und natürlich aber dir persönlich. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Simon. Danke dir.